Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, aber heute spielen wir mal was ganz anderes. Und zwar mit Kopfhörern. Five Nights at Freddy's Sister Location. Okay. Soll, wie soll man das schreiben? Soll, okay. Igen. Hm. Was ist jetzt? So, bro. So, wie sind wir hier drin? Okay, Night One. So, nicht. Okay. So, nicht. Ach du koken. Bro. Ingt. Okay. 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 oh mein got ne ist oda oh oh Alter, wir können da rumlaufen und uns in den Schächten verstecken, ne? Oha. Ich will wieder in den Schacht. Ich will wieder in den Schacht, aber ich will wieder in den Schacht. 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 Oh, oh. Hm. Hm. Oh, boy. Oh, boy. Okay. Okay. Alter, es ist eine Atmosphäre, Leute. So. 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 Leute. Leute. Oh, es geht weiter. Leute. Alter, das war schwierig irgendwie. Geh zu. Oh, jetzt, oder? Oh, ja. Hey, Leute. Also, ob es gut ist, oder? Also, ich spiele mich immer wieder mit. Jetzt spell das so schön, also. Oh, ha. Ey, was müssten wir machen? Davor. Alter. 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 Vielen Dank. Ich glaube, es darf uns nicht sehen. Ich teste es noch. Okay, es darf uns also nicht sehen. Okay, es darf uns nicht sehen. Okay, es darf uns nicht sehen. Okay, es darf uns nicht sehen. Oh, fuck. Ich glaube, ich weiß jetzt immer, worum es geht. Okay, Leute, das war es mit dem Part. Wir versuchen es nächste Folge weiter und abonnieren nicht vergessen und bewerten. Okay, ciao.